Flauches, hör weg! Hurra! Geh raus! Geh raus! Morgen Jungs! Peace Leute! On the Streets! Du darfst nicht Leute sagen, sonst kann ich nicht On the Streets sagen! Das ist dein Pech! Medium auch sei, wir haben eine neue Map eines Zuschauers erhalten. Der Gamer 36. Das ist auch ein Let's Player. Dann könnt ihr euch mal seinen Channel einverleiben. Den Link in die Beschläge. Das wollte ich sagen. Mein Gott. So. Der Gamer. Starte! Ja. Wir starten. Und die Map soll besonders schwer sein. Er hat geschrieben, wir haben eine Überlebenschance von 10%. Das hat er ja. Ja und der Gamer 36 wird auch per Voice Chat bei unserem Livestream dabei sein. Den wir bei 100 Abonnenten machen werden. Da fehlt ja nicht mehr so viel. Also, subscribe mal. Schleißig. Dann ist es vielleicht in ein, zwei Wochen soweit. Bla bla bla. Frage. Hast du absichtlich das Intro angelassen? Nicht ganz absichtlich. So halb, oder? Und du hast gesagt, Start. Start. Start getrüppelt. So. Jetzt kommen die Scary Noise jetzt schon. Ja. Meinst du, wir sterben schon? Das ist ja auch noch was, oder? Ist das schon mal passiert? Nee. Das geht nicht. Aber in den... Bei den alten Versionen, diesen Rollen mit den Regalen, ist das schon echt da passiert. Bist du gerade durch die Türen anknack? Wurdest du Kinexnap? Übrigens, ich habe mal einen Kommentar bekommen von einem, das war zu einer Episode, wo wir uns über die Weeping Angels unterhalten haben. Mhm. Und zwar sind die aus Dr. Who, das sind so Engelstatuen, die sich eben genauso verhalten wie dieses SCP-173. Das heißt, solange man nicht die Angst strafst, sind sie starkt und wenn man mit dich hinschaut, dann bewegen sie sich. Und... Also die Nexnapen dich nicht, aber die ziehen dich irgendwie in eine parallele Zeitebene oder sowas. Und ziehen dann ihre Energie aus den Ereignissen, die ansonsten hätten stattfinden können. Mhm. Das soll ja entstehen angeblich, wenn man SCP-173 in den... ...converter hat. Das ist glaube ich nur... Das weiß ich nicht. Das ist glaube ich nur Fan-Fiction. So will ich es mal bezeichnen. Oh, fuck. Da ist auch die Tür offen. Oh, da ist offen. Da ist offen. Okay. Aber es kommt schon mal kein... Nein, Tate Fox. Hoffentlich. Wart's mal ab. Pika, du Fask. Hä? War das schon immer da? Ja. Auch in der neuen Version hab ich noch nie gesehen. Okay. Gehen wir mal weiter. So, jetzt. Liegt's schon? So, ich... Mach da mal zu. Nicht da ran. Ja, geradeaus. Geradeaus ist immer gut. Weil geradeaus kann man nicht im Kreis laufen. Dann haltest man jetzt mal... ...nach Möglichkeit immer... ...so geradeaus und rechts halt, ne? Dass wir immer erst eine andere Richtung abklappern. Ich hab keine Ahnung, wie... Wieder. Ja, das kann man wahrscheinlich bei dem Map-Creator einstellen. Probability. Oh. Oder einfach... Ja, nein. Ha! Den Trick, den haben wir ja mittlerweile raus. Äh, hallo. Did you see this? Was? Das ist nicht der Maintenance. Shit, Junge. Ja. 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 Man muss uns da runter. Ich hab keine andere Wahl. Die Frage ist, ob man da Gate B erreichen kann. Wenn das eingebaut wird. Glaube ich aber fast nicht. Den tun wir uns mal nicht an, glaube ich. Ja. So wie er geschrieben hat, erwarten wir uns noch viel Schlimmere sein. Ja. Der war schon krank, wo das grad runter gefallen ist. Zweimal. Zweimal? Ja. Achso. Das Ding. Das ist ja die Lache grad gehört. Nee, wir fahren nicht. Nee, die Lache hab ich nicht gehört. Zum Atmen ist das halt. Das kommt auf jeden Fall nicht. Wo waren wir dieser Scheiß aufzubacken? Ich bin nicht wieder überhoben, ey. Ja, guck doch mal hin. Achso. Meinst du? Dass es dieser Arzt ist? Dieses Atmen? Gut möglich. Das klang so ein bisschen. Jetzt Vorsicht, der kann ja wieder überall erscheinen. Aber nicht hier. Seid ihr da mal nicht zu sicher. Okay, das ist jetzt leicht scheiße. Wenn das mal nicht behindert ist. Naja. Dann gehen wir halt wieder zurück. Vielleicht ist er weg. Geh raus, geh raus, wo ist er? Mach den Aufzug zu, mach den Aufzug zu. Da fährt er rum, oder? Hm? Der fährt nicht, Mann! Oder? Doch, Ding hat's gemacht. Doch, der ist gefahren. Guck, der kann sogar da kommen. Ein Aufzug. Ja, aber ob der... Hallo? So blurry. Hast du's gesehen? Der ist da noch. Mit dem Aufzugschacht, oder was? Wie krank ist das denn? Kein Plan, ey. Nicht, dass wir so runterfahren und dann genau in ihn reinfahren und der dann sich in den Aufzug portet. Waren wir mal. Ach man. Wir können ihn da reinlocken wieder. in diesen, ähm... in dieses Glas... Ja, das wäre eine Aufzug. ...Territorium. Ja, da ist er. Shit. SCP im Aufzug. Das sind so komischen Neuses. Wo ist er denn? Da ist er. Denk mal. Geht's halt. Wut du? Scheiße. Geht's halt. Ne, weiter. Geht's halt. Wo? Da, links! Und, äh, hat sich irgendwas so bewegt? Hast du's gesehen? Ja, das war das andere, wo da normal drin ist. So ne Bitch. Jetzt fährt er wenigstens. Geh weiter! Die mach mich kaputt. Alter! Wir haben noch! Wir haben noch! Wir können noch! Ja, leck mich doch! Ja, da kam jetzt der. Jetzt sind wir Zombie oder was? Ja, jetzt werden wir für meinen Nine-Head-Fox erschossen. Lauf doch rein! Lauf doch rein! Ja, kann ich nicht. Tolles Ende. Tolles Ende. Jetzt wissen wir, dass wir nicht in den Maintenance-Tunnel gehen. Äh, in den anderen Beispiel. Ja. Okay. Aber ich spiel das nicht mehr. Nicht mehr? Nee. Dann lass mich mal. So. Warte, soll ich das schon eingeben? Ja. Authentisch halten. Das ist was für die Outtakes. Outtakes. Was ist heute los? Das klappt nicht. Oh mein Gott. Hast du einen Rückfall? Hast du einen Rückfall? Sag deinen... Sag deinen Dings. Moment. Sag deinen Text. Willst du... Willst du verhindern jetzt? So gesoffen. Mal weißt denn auch bei Slater das erste Mal unser erstes Video. Ich sag ja. Wir haben einen Rückfall. Hahaha. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Okay. Eine Minute. Eine Minute würdest du es warten? Nee. Jetzt. Jetzt haben wir eine Minute. Okay. Beine Minute wollte ich jetzt eigentlich anfangen. Aber das führt schon wieder dazwischen oder was. Okay. 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 Ich hab's gleich. Hahaha. Mann. Du darfst meinen Schuh rass jetzt nicht an. Und das ist da kaputt. Na egal. Morgen Jungs. Peace Leute.